So, und da sind wir auch wieder zurück. Nachdem wir vorher angegriffen haben, werden wir uns jetzt an dem Hinterhalt umsehen. Ja, die Geschichte kennen wir schon. Wir wollen jetzt das. Mhm. Los geht's. Eine gute Strategie, mein böser Freund. Denn diese Helden werden durch eure dunklen Gänge fliehen. Daher ist es besser, ihre Fluchtwege mit Hinterhalten zu spicken. Irgendwo in diesem Tunnellabyrinth steht ein Heldentor. Bestimmt kennen doch die Helden, die in diesen Höhlen patrouillieren, den Standort des Tores. Ihr müsst also nur einen Weg finden, ihre Zunge zu lösen. Ja, gut. Ja, wie oft recht jetzt noch? Eure Truppen waren fleißig und haben euch einen weißen Zauberer eingefangen. Jetzt ist es an der Zeit, ihn in die Folterkammer zu bringen. Und dann werden wir uns ein bisschen amüsieren. Und dann komm her, Schatzi. Oh. Um den Karten-Ausschnitt wieder in die Mitte eures Dungeons zu verschieben, klickt mit der rechten Maustaste auf das Herz-Symbol in der Mana-Anzeige. Barrikade. Gut. Oh, das kann ich so lassen. Das vergrößere. Was habe ich denn? Drei, zwei, drei. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Und das hat mir genau da die Puppen gezeigt, oder was? Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Die Box, das hat mir da auch wirklich gezeigt. Was, in den Maschinen da die ganze Zeit durch das Wasser doch. Im Ernst. Okay, gut. Ich do es speichern. LPA. Das ist jetzt LPB. Spiel gespeichert. Savagdoria. Gut, ich habe wenig Gold. Ich brauche allerdings auch noch... ...ne Bibliothek und da ist Gold. Gut, da lässt sich dann der Trainingsraum da reinbauen. Das brauche ich derweil eh nicht vergrößern. Das ist schön. Die Hühnerfarn war die derweil vergrößern. Acht von neun Betten sind belegt. Hühnerfarn. Sehr gut. Und Plong. Level 2, Level 3. Gut. Oh, da ist auch Gold. Da grabe ich mich von da dran. Da ist Wasser, das heißt, da wird sicherlich irgendwo was sein. Und Plong. Sehr gut. Plong. Meinen Schlafsaal brauche ich derweil nicht vergrößern. Weil ich habe eh keine neuen Männchen. Derweil. Ich will Emsa schaffen. Lästig. Nur in der Weltkrieg wird er durch Hack holen. Please. Schimpfen sie dir ein, dass sie nicht einsatzbereit ist. Oder dass sie zu klein ist. Eins, zwei, drei. Bitte geht's jetzt forschen. Da mache ich dann noch so ein Ding rein. Derweil einmal nur nicht. Ich könnte es auch da reinbauen. Derweil einmal nur nicht. So, das sollte mal so reichen. Kann ich jetzt nicht Haschock genau so groß machen wie ich es brauche? Oh, das könnte gefährlich sein. Ah, nicht einmal. No, Willi da irgendwie nicht durch. Gehen wir mal so an. Daher. Und, Jungs, damit euch nicht fahrt wird. Zack, das ist ein ganz besonderes Fitnessstudio. Trainingsraum. Lässt du's, der war kleiner. Lässt du's? Na, verdammt. Das wollte ich gerade eben nicht machen. Lass uns mal das jetzt. So. Also. Ich will einen Imp, der da zum Beispiel noch geht. Das kann ich noch mal ein bisschen größer machen. Alarmfalle. Okay. Sehr, 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 sehr. Sehr, sehr, sehr. Okay, da ist sehr viel Gold. Okay, 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 okay. Okay. Okay, ich glaube, ich bin draußen. Okay, das schaut. Okay. 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 Hier haben wir einen Kinksen. Beautiful. Not beautiful. Okay. Okay. Dann sollen wir da bitte auch eine Tür hin. Guck, jetzt sehe ich schon noch mehr von dem ganzen Gebiet. Okay, der greift mir jetzt an. Ich würde ihn allerdings nicht gar so freuen, nehmen wir an. Vor allem, weil es ihm nicht viel bringt, weil er schnell weg ist. Bitte nimm den mit. Danke. Bitte, du zählst gerade den Heilenzauber erforschen. Und dann können wir uns den nämlich sogar auf unserer Seite ziehen. Aber Skelette freuen mich da, weil ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Skeletten. Ein neuer Zauberspruch wohl erforscht. Eure Hand des Bösen kann diesen Zauber dazu verwenden, um die Wunden und Narben und Knochenbrüche der Krieger zu heilen, die in den Schlachten zu euren Ehren verletzt worden sind. Verdammt, jetzt hat er mal die Karte komplett durchgedreht. Das freut mich gar nicht. Na, noch ein bisschen. So passt's wieder. Aber cool, wenn ihr da an reinschmeißt, die zeigt mir dann sofort irgendwo was. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Jawoll, Holztüre. Eins, zwei, drei. Level drei, Level drei, Level drei. Bitte alle drei trainieren. Training ist wichtig. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Gut, gut, gut. Okay. Es ist zahltag. Ich will ja nichts sagen. Mein lieber Imp verschwind. Meine lieben drei Jungs. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. Macht ihn fertig. Schaut, dass ihr jetzt halt der Bein nicht versteuert. Danke. Gut, dann schmeißen wir uns dann auch gleich wieder rein. Schon wieder? Ach, Mann. Alle Holztüre wurden in eurer Werkstatt gebaut. Okay. Sehr schön. Ihr habt eine gegnerische Brücke. Aber jetzt, wisst ihr, wir machen es ab jetzt immer so. Nein, machen wir nicht. Gut. Was, 39 Minuten? Na. Ich hasse es, wenn ihr jetzt einen Zeitdruck oben habt. Ah, noch. Ich hasse Zeitdruck. Ah. Bin ich kein Freund von, ne? Rein da, bitte. Klopf an. Sehr schön. Spiel gespeichert. Und? Klopf, klopf. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Okay, das sind Jungs. Kleine mal Gebiet erkunden. Wo entführt das? Das führt da hin. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Sehr schön. Für die gegnerische Brücke. Was kriegen wir da drin ist, ist das, wie die auch haben. Ne, da haben wir, heilt alle Geschöpfe. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Sehr schön. Ich glaube, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Doch. Okay, das gehört immer so weit als mir. Flop. Flop. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Da kommen... ...und ihr werdet viele interessante und nützliche Dinge finden, die Ritter Eisenhelm und seine Triefnasen dort für Nutzzeiten versteckt haben. Leute, die greifen an. Ihr erneutet einen Kerker. Na, na. Jungs, das wird nix. Kennt's, es lasst meine Leute da alle in Ruhe. Ich grill euch nieder. Sehr schön. Bitte abtransportieren. Sehr gut. Der kriegt seinen Schlafplatz da. Dies is freu ing mi. Wo denn, wer denn, was denn? Da, schau. Ich geb da wen zum Kämpfen. Es is da eigener. Bitte, meine lieben Imps. Oh, da drinnen könnte was sein. Das will ich dann haben. Sobald's soweit ist. Okay, da können sie rauskommen. Ich muss mir da eine Alarmfalle hinbauen. Hey, da geht's auch wohin. Hey, da geht's auch wohin. Ah, da geht's zum Gold hin. Das brauche ich eigentlich nicht, aber... Ich brauche mehr Imps. Und da geht's auch wohin. Da unten geht's auch wohin. Ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Da geht's überall wohin. Ich finde das genial. Ich liebe es, diese Map. Zack. Kehrt es mir? Das gehört nicht mehr. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Schade. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Was zeigst du mir? Ihr fangennahme aus. Ja, da habe ich mich gerade reingeklappt. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. Und, was zeigst du mir? Eine Alarmfalle. Sehr schön. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Oder wenn ein Haufen Dings drin ist. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Wupp. Gut. Ah. Da rein, wehle. Ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. I do want to get there inni. Hm. Hm. Was ist mit hier? Das ist mein Dings zu klein. Sonst brauche ich da halt Nusons hin. Kehrt das da mir? Okay, ja. Das gehört mir. Passt. Das wollt ihr wissen. Ich fühle mich nicht so schlecht mit der Zeit, muss ich ehrlich sagen. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ja, stressne Dumme. Ich mach'n größer. Versprochen. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Die Folterkammer. Danke. Die Gefangenen darin sterben entweder während sie ihre Geheimnisse preisgeben oder sie schlagen sich auf eure Seite. Oh, schloss. Beides ist praktisch. Wurde verbessert. Bitte, das rasch aufmachen, damit ihr das größer bauen könnt. Und... Flom. 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 Reicht der Weifers aus da? Bitte weiterhin einnehmen, meine lieben Imps. So, ihr möchtet's gern da irgendwas mit dem Synchrose machen kann. Irgendwann meine Goblins. Da ist der Level 4 Goblin. Synchrose, bitte. Zuerst hauen wir das nieder. Dann gehen wir dahinter vorbei. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ich hoffe, hinter mir kommt keiner daher. Das wäre ziemlich tödlich. Komm schon. So, dann erkunden wir ihn noch ein bisschen, hm? Hallo. Hallo. Nein, 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 du tust mir nichts. Du, äh, tut mir nichts. Tut mir alle nichts. Tut mir nichts. Tut mir nichts. Ihr habt eine geklektische Mücke erhobert. Ja, lächerlich. Komm schon. Du schlagst die Puckner klein ein. Und schwupps. Und zwei, drei. Sehr schön. Da komm ich, kann ich da noch irgendwo weiter graben. Be äh. Dieses stabile und gemeine Gerät wird zweifellos alle, die in euer Reich eindringen wollen, schwer behindern. Behindern. Okay, weißt, da sitzt noch einer drinnen. die mich kann wieder mal den foltern sind die kommen her mein schatz 30 minuten zeit was zeigst du mir noch mehr gold eine wächter falle wurde in eurer werkstatt gebaut ich hätte gerne mal so einen tipp gut halt gut den hätten wir mal weggepupst die sind eher schwieriger zum weg kriegen ja da ist jetzt etwas größerer kampf bitte wenn es geht die skelette bin ich glücklich dass sie so weit vorne sind die lasse jetzt noch mal runter geht schon attacke jungs ich glaube neulich ja ohne verluste ist das gang ein geschöpf ist in eurem kerker gestorben und als skelett wieder auferstanden je sehr schön gut um den sollten uns auch noch was holen ich schnapp ihn dir tier sehr schön ihr habt eine gegnerische schatzkammer erobert gut da drin könnte natürlich auch noch was sein gerade mal zur sicherheit grabe ich es natürlich wieder aus gut sehr schön weil die haben wir noch irgendwo da dazwischen reingraben oder also da gibt es ja wieder mal gold verdammt da müsste jetzt auch wieder mal ähm ich könnte ja alle fallen lassen ihr habt eine gegnerische bibliothek erobert die gegnerische bibliothek ist mir eigentlich egal aber stimmt ein koppel wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat dann soll er was essen gehen ein geschöpf ist in eurem kerker gestorben und als skelett wieder auferstanden ihr habt erfolgreich ein gegnerisches geschöpf in eurer folterkammer bekehrt bekehrt bekehren tue ich sie am liebsten jetzt haben wir jetzt haben wir einen dieb spiel gespeichert naja ich bin schon habe mich schon ziemlich durchgegraben durch dieses nest an gegnerischen einrichtungen da ok ok da drinnen geht es auch noch irgendwo hin halt da schreit er angriff geht schon euer zauberspruch symbiose wurde verbessert ein geschöpf ist in eurem kerker gestorben und als skelett wieder auferstanden sehr schön skellette brauche ich aber nicht ich freue mich nicht so über skellette meine sind zwar echt schön und lieb zum anschauen aber nicht so das meinige eure geschöpfe sind beeindruckt von eurer arbeit ok jeder könnte mir so reingraben oder drinnen gibt es vielleicht auch was da kommen wir nicht rein und da wieder skellette die belagerung läuft gut der rückgratlose landesherr wird zweifellos bald gezwungen sein zu fliehen aha allerdings wenn er fliegt wurde unglücklich weil er kein geld bekommen hat wurden eine holztür wurde in eurer werkstatt gebaut ok das wurde 17 7 7 super es ersetzt es mir das deswegen mag ich es nicht 1,2,3,1,2,1,2,1,2,1,2,3,5,6,7 in der schule wird gelacht bis der lehrer ihn sein bettchen macht was haben wir denn was haben wir denn ihr könnt ja mal alle heilen eure geschöpfe wurden geheilt und happy machen tu ich es ja kleiner eure geschöpfe wurden glücklich gemacht mhm ah ich sehe ihr habt einen magischen gegenstand entdeckt dahinter gibt es was wie komme ich dahin nicht von da wie es scheint ihr Walton steht gemischt wo was macht denn es er beutet ein portal ich verstehe es nicht was das fliezen ist alle warte lassen sie mal kurz bis zum nächsten mal entschuldigt viel mal das wort irgendwer an der türe da und mir verrecken da meine ganzen jungs freut mich gar nichts jawohl töten ein geschöpf ist in eurem herr gestorben und als skelett wieder auferstanden bitte alle mitnehmen 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 die blöden zweige interessieren mich nicht so bringt es nieder was wer kämpft da unten verdammt eure schatzkammer ist zu klagen bitte ich möchte den tipp nicht verlieren der hat mir taugt wo wird jetzt schon wieder kämpft ach das spinne immer dasselbe ihr habt einen gegnerischen trainieren mitnehmen mitnehmen perfekt es läuft alles so wie es will eine alarmfalle wurde in eurer werkstatt gebaut sehr schön es ist zahltag weniger schön aber mir wusste ich habe eh viel zu viel gold für den spruch werde ich mir wahrscheinlich in spätere levels dann selber verhauen aber nein ein dieb wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat der dieb ist gerade einmal wiederbelebt worden wo denn ach da drin ist was ich möchte wissen was da drin ist und ihr habt noch gemütliche 20 minuten zeit spiel gespeichert oh was die eisernjungfrau stets dienstbereit ist expertin für die freuden und die leiden des körpers wenn ihr ihren geschmack trefft wird sie euch in zahllosen schlachten unschätzen die leist ah eine barrikade wurde in eurer werkstatt gebaut cool gar nicht ein geschäft ist in eurem kerker gestorben und als skelett wieder auferstanden ihr hätt gern so einen zauberspruch ganze karte seien ihr habt noch 20 minuten zeit danke 20 minuten sind wir ehrlich gesagt ziemlich wurscht ein rechter wurde unglücklich weil er nichts zu essen hat ein zauberer wurde unglücklich weil er keinen platz zum schlafen hat ah ich sehe ihr habt einen magischen gegenstand entdeckt ich sehe ich muss da auch noch sowas hin bauen ach man na die du da den trainingsraum raus und du da stattdessen schatzkammer rein und die verschließe mit türen wenn es unnötig ist aber trotzdem das Municipal dass schlafen ist er immer noch wo damit wie en der leise wir coughing Gold. Euer Zauberspruch heilen... Komm gleich näher. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ihr erbeutet eine Werkstatt. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Sehr schön, bitte versterbt. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Ey, weiss, der Weg von da drüben daher ist sehr weit. Für meine ganzen Monster leider viel zu weit. Das ist so viel Gold, das brauche ich nicht. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass wenn ich nicht alles Gold abgrabe, dass dazwischen irgendwo... was ist. Okay. ich habe mehr Gold, mehr Gold will ich nicht, ich kann ich setze einfach mehr Gold, mehr Gold an, weil ihr habt einen gegnerischen wachraum erobert wieder mal Gold zum Sauerkort eure Goldvorräte haben sich vergrößert einnehmen wir haben ja nur eine Viertelstunde Zeit sehr schön da komme ich nicht rein auch wieder eine Alarmfalle bitte ein Goblin wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat ihr schafft es alle hin ich bin sowas von sicher sehr schön eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut so, gut eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen eine Spezies ist mir ehrlich gesagt wurscht allerdings ich bin ja nicht so warte könnte ich nicht gleich schon da schlafen und ich bin da nicht so ich tue da sogar da Hühnchen Farm hin allerdings gehst du mir trotzdem zuerst ins Fitnessstudio schlafen stehe ich so viel Gold das unterkommens braucht ach Mist ok, ich hab schon gesehen wo das Problem ist ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat ok, schlafen so, ich brauche jetzt alle meine Skelette die verheiz ich jetzt einmal meine lieben Skelette, es hat wieder meine Aufgabe undankbar und es soll jetzt wahrscheinlich alle drauf gehen aber irgendwer muss den Job machen aber es funktioniert doch ganz gut so weit wie ich es gern hätte eine Alarmfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut sehr schön also der feindliche wie hast du denn? Eisenhelm möchte da rein eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut wir lassen ihn nicht, das sag ich gleich schon wir lassen ihn da nicht rein ich mach jetzt ganz kurz so ans wir gehen jetzt mal da kurz umschauen da gibt es nichts mehr da gibt es auch überall nichts oh, da gibt es das Secret sehr schön, das holen wir uns dann ich wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat der Goblin ist mir, um ehrlich zu sein, so scheißegal da gibt es auch was na, der Goblin ist mir natürlich nicht egal ok, da gibt es echt gleich mehr Gold hallo, bitte möchten wir die Secrets da hinten noch holen das wäre eine extremste Scheiße, wenn bei ihm oben drinnen noch eins liegt weil das kriege ich nicht eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer ah, ich sehe ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt das tue ich mal zu barrikadieren was denn, wo denn ja, es kriegt es gleich schon nein, ich habe das jetzt echt nur die Tür hingemacht so unnötig eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker müssen es auch nicht ich hol mir jetzt alle meine Neune da rein reglerische Geschöpfe finden wir nach dem Dungeon wo denn ach so gut, dann möchte ich gern einmal, zweimal, dreimal, viermal gerade zum Verteidigte auch noch komm da raus komm da raus eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat der neue Teppich in eurem Schlafsaal ist fertig verlegt, Chef sehr gut es ist Zahltag ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat nichts zu essen, der arme Troll ich hoffe, der Troll weiß, wie scheißegal mir das ist, dass der nichts isst muss er ein bisschen Diät halten ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat noch einmal Diät und so weiter die Verteidigungsanlagen von Schloss Eisenhelm ihr habt noch zehn Minuten Zeit die Verteidigungsanlagen von Schloss Eisenhelm Spiel gespeichert sind so gut wie gefallen, passt auf, denn schon bald wird der Feigling versuchen zu fliehen so gut wie gefallen ist, gut gesagt, die sind nicht mehr existent die werden jetzt angreifen frontal, um ehrlich zu sein, weil die Männchen hätte und ich würde das da schon sehr gern einnehmen mehr Mana mehr Gold meine Leute sollen happy sein und ich mache jetzt erstmal einen Angriff mit Skeletten er würde ein Problem haben, weil sie sind auf Level 5 falsch Angriff nur meine unwichtige Skelettarmee Allerdings, ihr lasst meine Goblins jetzt auch noch mitkämpfen alle meine Zauberer natürlich auch Noch ein Level höher Bis zu was, noch ein Level höher Ja, ich war zu langsam Und ein Horniano daher Na, den brauchen wir nicht Leute, wir sind aber jetzt happy Sehr schön Das war's mit ihm Hornig kommt aus seiner Ecke Schau mal, ob er beim Vorbeigehen die feindliche Kanone wohl auch zerstört, oder nicht? Jawohl Aber er geht sehr langsam durch das Wasser, das muss ich sagen Ach, holen wir doch diesen Juwel aus dem Wasser heraus Mu Ha Und Ha Wie er glänzt Eine Freude Alarmfallen melden jeden Eindringling Ja, danke Ja, das war's Okay Schau mal, wer da guckt Eure Reaktionen sind schnell Elf von elf, perfekt Ja, hat Ritter Eisenhelm keine echte Chance zum Entkommen gegeben Schnell und entschlossen Ihr könntet der Auserwählte sein Oh ja, das könntet ihr sein Sima auch Und ihr habt gesagt Bis zum nächsten Mal Bye